Musik Hallo und zurück zu einem neuen Vlog. Ich dachte ich vlogge heute mal wieder und wir sind jetzt gerade dabei, hier das Bett so ein bisschen nach hinten zu schieben, weil ich wollte jetzt ein Video drehen und zwar ein Haul. Und damit ich dann die Klamotten vor der Kamera zeigen kann, dann brauche ich hier mehr Platz, deswegen müssen wir das ganze Bett am besten so an den Schrank schieben. Das ist nämlich hier echt ein Problem, mein Zimmer ist alles so eng, ein bisschen schwierig manchmal ist, so mit den Videos drehen. Und ich hoffe, dass das Licht jetzt mitspielt, weil ich filme ja nur mit Tageslicht, weil ich habe ja auch keinen Platz, um irgendwelche Leuchten aufzustellen. Und deswegen, das ist halt auch immer so ein Problem im Winter. Herr Schatz, schiebst du das ganze Bett? Ja, warte, pass mal bei der Steckdose auf. Schiebst du das daran? Nee, jetzt nicht. Schatz, du bist so stark. Ich kann nie erkennen, ob ich fokussiert bin. Ich glaube, ich mache das als Trump-Nail. Was? So, ich für den ganzen Klamotten. So, Video ist abgedreht. Also ich habe mal wieder ein Haul gedreht. Und der ist eigentlich noch so ein bisschen anders geworden, als ich den sonst mache. Und Tommy war auch Part davon. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch den mal in der Infobox, weil der müsste jetzt eigentlich schon online sein. Und jetzt stelle ich kurz den Block fertig, den ich gestern hochgeladen habe. Dann kann ich den gleich online stellen. Das ist von unserem Silvester. Ich habe so ein bisschen Halsschmerzen jetzt die Tage. Tommy war krank und hat mich jetzt auch angesteckt. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht schlimmer wird. Das wäre ganz und gar nicht nett. So, wir sind bereits unterwegs. Und wie ihr seht, im Auto, wir haben den heute zur Werkstatt gebracht. Nee, gestern haben wir den zur Werkstatt gebracht. Und heute konnte man den schon wieder abholen. Und das Problem ist jetzt erst mal beseitigt, aber es ist trotzdem... Der wird irgendwann den Geist aufgeben. Ja, alles. Also im nächsten Jahr wird er bestimmt noch ganz viele Macken haben. Und ich habe echt eigentlich keinen Bock darauf, da noch so viel Geld reinzustecken, wenn absehbar ist, dass da irgendwann total Schaden hat. Ja, deswegen müssen wir jetzt mal schauen, dass man auf Langzeit jetzt eine andere Lösung findet. Und wir sind jetzt mal aus dem Haus gegangen und werden gleich Baby-Shopping gehen. Äh, echt? Ja. Wuhu! Und zwar für meine Schwester. Ich habe euch ja schon erzählt, dass meine Schwester schwanger ist. Und es ist... Leute, es könnte im Grunde jeden Moment passieren. Ich finde das so krass, ich vergesse das die ganze Zeit. Sie ist eigentlich jetzt gerade so im Terminzeitraum. Ja, also es ist jetzt in diesem Zeitraum, wo es eigentlich kommen könnte. Und es ist so aufregend. Also ich kann es einfach noch nicht glauben. Ich werde es erst wirklich glauben, wenn es... Ähm... Ich werde, der kommt an deinem... Sie kommt an deinem Geburtstag. Nein, wer? Du hast in einer Woche Geburtstag? Ja. So verrückt. Na ja, auf jeden Fall habe ich noch gar keine Sachen für sie gekauft. Also ich habe schon eine Sache besorgt. Aber ich wollte jetzt mal noch ein paar andere Sachen schauen. Und es ist irgendwie so schwer, weil meine Schwester einfach schon so viel besorgt hat. Deswegen weiß ich nicht, was ich so schenken könnte. Aber wir werden dann mal gleich schauen. Also Ilona, falls du das siehst, schau nicht weiter. Es soll eine Überraschung werden. Wir gucken gerade schon hier. Hey, das ist jetzt aber nicht wie Neugeborene hier, ne? Nee, das ist alles so ein bisschen größer. Oh, süß. Was ist, wenn man jetzt schon ein bisschen größere Sachen kauft? Man muss da reinwachsen. So hat es meine Mutter immer gemacht. Meine Mutter hat dann immer viel zu große Sachen. Und es hat dann einfach so schlabberklamotten. Irgendwann mal hat es dann gepasst. Oh, wie süß. Ich nehme das mal. Was meinst du? Ja, also was meine Schwester mir gesagt hat, ist, dass man immer Klamotten gebrauchen kann. So, ich habe mir jetzt ein paar Sachen ausgesucht. Es macht richtig Spaß, Babyklamotten einzukaufen. Ich weiß zwar nicht genau, was sie noch alles braucht. Meine Schwester wird sich wahrscheinlich auch mehr über Gutscheine oder so freuen, weil ich glaube, wenn man so Sachen geschenkt bekommt, dann hat man am Ende irgendwie so ganz viele Sachen, die man eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber ich will meiner Nichte selbst auch Klamotten kaufen. Und deswegen gucken wir jetzt noch ein bisschen weiter. Klamotten. Guck mal. Da sind Hasenohren, äh ne, Bärchenohren dran. Oh mein Gott. Sie ist einfach 2018er Jahrgang. Sie kommt aus der Zukunft. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ob sie dafür einen Anlass hat? Ich glaube, in den ersten Tagen... Mein Geburtstag. Sie das angeverliest. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Und ich kann euch gleich, bis zum später mal, die Sachen kaufen, äh, zeigen, die ich gekauft habe. Aber jetzt kochen wir erstmal, weil ich sterbe schon vor Hunger. So, ich schneide jetzt alles Mögliche an Gemüse. Wir machen nämlich so eine Gemüsepfanne mit Nudeln. So, sie haben eine Zupini. Delattel. So, dann habe ich noch Möhren. Die schneide ich jetzt auch mal rein. Ups. Und Brokkoli. So, ich habe jetzt alles hier in der Dose, weil ich nehme jetzt von dem nur die Hälfte und den Rest lasse ich dann für morgen oder so. Dann hat man da eben schon vorgeschnippelt. Und eine ganze Paprika kommt jetzt noch rein. Und dann brate ich einfach alles in der Pfanne an. So, ich brate jetzt gerade das Gemüse schon mal an mit ein bisschen Knoblauch. Das sieht so lecker und fresh aus. So, ich habe jetzt übrigens noch so Tomatensauce dazu gegeben. Das ist ja der Tomaten, der ist ein bisschen gewürzt. Und jetzt lasse ich das Ganze etwas köcheln, damit Brokkoli und Möhren gut durch sind. Ich gebe noch Tomaten dazu. Wenn wir diesen Tarzan Film gucken. Welchen? Oh nö. Ich verspreche mich so gar nicht an. Wenn wir The Expendables gucken. Was ist das? Wenn wir das Parfum gucken. Hast du ihn schon mal gesehen? Ich habe ihn angefangen, aber irgendwie nie zu Ende geschaut. Hat er dich nicht so angesprochen? Doch, aber irgendwie ist was dazwischen gekommen. Sag mal, Walt Disney ist glücklich noch von Notre Dame. Ja. Irgendwie sehen alle meine Essen immer gleich aus. Weil egal womit ich koche, es läuft immer auf irgendeine Tomatensauce und Nudeln hinab. Aber diesmal haben wir wenigstens anderes Gemüse mit drin. So, wir machen jetzt noch ein Smoothie, weil Tumis Mutter hat mir ein Smoothie Maker geschenkt. Nachträglich zu Weihnachten. Wir haben gestern schon einen gemacht, aber richtig lecker. Und jetzt machen wir das noch ein. Ich habe jetzt schon gefrorene Beeren reingemacht. Und jetzt machen wir noch Mango rein. Ich weiß gar nicht, ob das schmeckt. Also gestern haben wir nur gefrorene Beeren reingemacht. Und das ist echt lecker. Aber da sind dann immer so viele Kerne drin. Das nervig. Dann mache ich noch ein bisschen Orangensaft rein. Ich mag Smoothies mit Milch nicht so gerne, weil ich vertrage mich auch nicht so gut. Und ich mag das lieber, wenn das richtig fruchtig ist. Heute geht es mal gut. Weißt du was? Ich glaube, gestern waren die Früchte noch nicht so ganz geschmolzen, als wir die da reingemacht haben. Das ist ja possible. Wie immer. Gibt ja interessant mit deinem Anruf. Jetzt noch ein bisschen mehr. Irgendwie siehst du aus, als wäre es nicht lecker. Doch, ich würde es lecker. Hey, warum grinst du so? Ich bin so bald. Ich bin glücklich. Schmeckt es dir? Ja, lecker. So, ich zeige euch jetzt, was ich alles gekauft habe. Also, ich habe einmal dieses Zweier-Set hier gekauft, mit diesen süßen Ährchen hier oben. Da war eigentlich noch so ein Onesie, der halt komplett so, also einteilig und dann auch mit so Ährchen, die da noch ein bisschen süßer war. Aber ich dachte mir, das ist, glaube ich, bei so Babys ist das eher unpraktisch. Da ist so ein Zweiteiler dann besser, glaube ich. Deswegen habe ich den hier gekauft. Dann habe ich diesen süßen Cardigan gekauft. Der ist auch gefüttert. Also, der ist jetzt auch jetzt für den Winter geeignet, für die ersten drei Monate. Das ist so ein richtig schöner Strick-Cardigan mit so flauschigem Stoff hier drin. Dann habe ich diese süße Latz-Rose gekauft. Die ist so eher für drei bis sechs Monate geeignet. Also, ihr seht, der ist ja auch ein bisschen größer. Also, wäre dann eher sowas dann für Frühling. Ich dachte mir, ich kaufe jetzt nicht nur Sachen, die jetzt für die ersten Monate, weil das Baby wächst ja auch schnell. Und die haben wahrscheinlich auch schon viele Klamotten. Deswegen habe ich das hier gekauft, weil ich finde das so süß. Dieser Rosaton ist so schön. Und dann ist das so ein Cordstoff. Ja. Ich habe keine Ahnung davon, wie praktisch und unpraktisch die Klamotten sind. Ich habe jetzt echt nur Sachen gekauft, die ich einfach schön fand. Und dieses süße Oberteil mit diesem Hasen drauf. Und diese süße Strickjacke in diesem schönen dunklen Rosa. Die Teile sind auch ein bisschen größer. Also, ja. Ich hoffe, das passt so. Zum Schluss habe ich noch diese Säbchen gekauft. Die hatten so süße Rüschen hier oben. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, das war's. Und ich hatte noch eine andere Sache bestellt. Moment. Und zwar ist das so eine Kiste. Also, das ist so eine Erinnerungskiste. Und da kann man dann so Sachen reintun. von dem Baby so von den ersten Monaten oder so als Erinnerung. Fand ich ganz schön. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. So, der Akku ist auch schon fast leer. Deswegen beende ich den Vlog an dieser Stelle schon mal. Ich werde jetzt auch nur noch ein Video schneiden. Und dann werden wir auch irgendwann schlagen. Weil ich muss morgen auch früh aus dem Haus. Und ja. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Bye. Tschüss. 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 Tschüss.